Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Ihr seid jetzt zu Hause. Keine Schule, keine Musikschule. Das ist bestimmt ziemlich langweilig für euch. Deshalb möchten wir euch anbieten, den Unterricht teilweise digital wahrzunehmen. Einige Lehrer und Lehrerinnen der Musikschule haben sich bereit erklärt, sich direkt mit euch in Verbindung anzusetzen und euch den Unterricht eben digital, zum Beispiel per WhatsApp oder FaceTime oder Zoom zu geben oder euch Filmchen zu schicken per WhatsApp, wie gesagt. Ihr könnt dann zurückschreiben. Wie ihr das genau machen wollt, könnt ihr direkt mit den Lehrern ausmachen. Das wäre total super, wenn ihr das wahrnehmt. Dann habt ihr was zu tun in der unterrichtsfreien Zeit und der Unterricht fällt nicht aus. Das fänden wir total klasse. Das fänden wir total klasse. Bis zum nächsten Mal.